Also, ich habe das Gefühl, ich will heute ein bisschen in Spachsinn reinschauen. Was haben wir denn schönes? Ich würde fast am liebsten einfach Greedier noch mit jemandem abschließen, wenn ich die Scheiße hinter mir habe irgendwann mal. Denn ich bin sehr gewillt, den Greedier-Mode ein... Nee, komm, nee, nee. Den Greedier-Mode ein für alle Mal irgendwann hinter mir zu lassen. Warum hatte ich ja eben drei Herzen? Warum bin ich gerade eben mit drei Herzen gestartet und jetzt nur mit zwei? Hm, hätte ich doch nicht einfach neu starten sollen. Naja. Ich fuhr die sagen würde, sagt mal Hallo, YouTube. Nein, sag das nicht. Hallöchen, YouTube. Wir haben zwei Herzen. Edens Blessing vermutlich. Waren nur zwei? Warte, habe ich mir das eingebildet? Shit. Ihr müsst wissen, ich bin aktuell auch... Ich bin aktuell... Ich schlafe zu lange. Ich kann da gratis drauf? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Gestern ist es mir passiert, dass ich statt um sieben Uhr um acht Uhr aufgestanden bin. Heute... Und ich dachte mir eher, Samstag wäre das echt ungünstig, weil ich gegen acht Uhr immer einkaufen gehe, damit ich vor dem Stream noch das erledigen kann. Und... Ihr werdet nicht glauben, was dann passiert ist. Ich wache auf, schaue auf die Uhr und es ist genau acht Uhr. Und ich denke mir, ah fuck, um acht Uhr gehe ich eigentlich zum Einkaufen los. Das heißt, das war sehr ungünstig zeittechnisch. Ich war nicht zufrieden damit. Ich bin kurz davor anzufangen, mir einen Wecker zu stellen. Okay, hat mich letztens auch gefragt, äh, was, 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 ob ich mir nie... Äh, ich bin halt üblicherweise immer um sieben Uhr wach. Gegen sieben Uhr. Sieben Uhr bis sieben Uhr dreißig. Und dann meinte er, stellst du dir nie einen Wecker, was, wenn du mal einen Termin oder so hast? Dann meinte ich, ey, kein Termin, den ich jemals habe, ist vor neun Uhr. Und ich denke, das war der Wahrheit entsprechend. Sollte ich so für einen Termin irgendwo haben? So, ich muss sagen, Tainted Judas Greedier Mode läuft bisher ganz okay. Bin zufrieden. Außerdem der Connoisseur, vier Monate Restart, Mr. Non-Konform, acht Monate. Und Panda Fahnder, 61 Monate. Viel, viel lieben Dank. Heute vergesst du, meinen Wecker auszuschalten. Viertel vor sechs war ich wach. Ist das schlecht für dich? Weil ich weiß, dass Leute da sehr starke Meinungen haben zu dem, wie lange man schlafen... Golder Schlüssel ist okay, denke ich. Wie lange man schlafen sollte und sowas, aber... Ich sehe das als ein Geschenk, wenn man früh wach ist. Hast du so viel mehr von deinem freien Tag. Warum wäre das schlecht? Warum müsstest du deinen freien Tag damit verbringen und wollen, zu schlafen? Kannst du kaum mehr erwarten, dass die Arbeit wieder anfängt oder was? Fehlt sie dir so sehr, dass du die Freizeit so schnell wie möglich überspringen willst. So, Duke. Der alte Duke! Der kann sich nicht helfen, der ist einfach ein crazy Duke. Versteht ihr? Ich war auch gegen 8 Uhr wach und habe dann einfach weiter geschlafen. 9 bis 20 Uhr. Irgendwie fern 9 bis 20 Uhr. Das Jar ist mittel... Was? Jar ist hier 3-Item? Oh, mies. Ich bin erst um halb drei Schlaf gegangen. Es war uncool. Ja, aber dann ist er ja... Oh, fuck. Dann ist er ja ein tiefer liegendes Problem. Oh, oh. Warum kommt das auf Ebene 1? Warum kommen diese beiden Bosse auf Ebene 1? Warum ist das eine Sache? Also wirklich. Warum? Warum? Vor allem nicht nur einmal, zweimal der. Was zum Fick war das gerade? Naja, gut. Wir haben es geschafft. Ich nehme ja mal ein Herz mit, wenn das okay ist. Ja, ich bin nicht zufrieden. Ich denke, ich hole mir einen Gratisschlüssel. Ding, 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 ding. Na, es lohnt sich nicht, eine Bombe zu kaufen. Ne, wir gehen weiter. Ich stehe unter der Woche um 4.15 Uhr auf. Ich nehme am Wochenende den Schlaf bis zum morgendlichen Stream... Äh... Äh... Sowas von raus. Naja, zumindest wenn ich kein Homeoffice habe. Ich will einfach nur sagen, wenn man... Ich meine, okay, außer wenn man nur drei Stunden so geschlafen hat. Aber prinzipiell... Würde ich sagen, man sollte es als die gute Sache sehen, wenn man früher aufsteht, als erwartet. Hurlaken, baby. Oh, baby. Kran. Der Kran ist leider sagenhaft schlecht für den, ähm... Greedier-Mode. Kannst du mal auch sagen? Au! Fand ich auch nicht nett. Äh... Ne, komm. Easy. Car-Battery. Komm. Was überlege ich dir überhaupt? Aber ich dachte, ich kann die Kiste gratis aufmachen. Außer im Kriol. Schlaf ja in dem. Willst du nicht so früh aufstehen. Hahaha. So, ich habe immerhin ein kleines DPS-Upgrade mit dem Harlequin, baby. Nein. Ach, ich wollte auf den Schalter stiefeln. Okay. Wir nehmen uns jetzt mal ein bisschen Zeit hier raus. Wenn jetzt noch mehr Gegner gespawnt werden, dann wäre das nicht gut für mich auszudrücken. Generell, vier von diesen Pilzen in den Ecken. Bisschen unfaire Sache, muss ich sagen. Die kann man gar nicht innerhalb von einer Runde loswerden. Da ist sogar noch ein Champion hier unten. Au! Ich habe auch nur drei Cent. Ach, du Scheiße. Ich sterbe. Ich sterbe. Aber er hat mir gute Items. Aber sollte nicht so sein. Naja, gut. Nein, ich hatte Dark Arts noch nicht aktiv. Binky ist viel zu teuer. Vor allem, was bringt mir das eine? Soul Art von Binky. Damit werde ich Greed nicht besiegen. Oh Gott, ich bin fucking tot. Ja, komm. Ah. Der fucking Greedier-Mode. Das ist halt... Manchmal läuft es auch einfach nicht. Ich habe das Gefühl... Bulli, Firmus war ein Fehler für den Greedier-Mode gerade eben. Ich habe das Gefühl, der hat alles schlechter gemacht irgendwie. Der Run war besser ohne ihn. Oder wäre besser ohne ihn gewesen, glaube ich. Aber ich hatte auch so viel Pech mit den fucking Bomben, dass wir keine bekommen haben und sowas. Das war auch sehr frustrierend. Vor allem, wir hätten so viele Kisten gehabt, wenn ich eine Bombe bekommen hätte, aber... Ich habe die ganze Zeit über einfach keine Bombe bekommen. Ist okay, das wird jetzt der Run. Wir sind ja noch... Der Tag ist ja noch jung. Und das ist jetzt der Run. Pass mal auf. Schau ich die Feuerrate an. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, ich hasse langsame Feuerrate im Spiel. Ne, ich gebe Bulli, Firmus die Schuld. So. Overrated. Ne, Bulli, Firmus ist nicht underrated. Bulli, Firmus ist overrated. Das ist ein Run-Killer-Item. Bulli, Firmus ist ein Item, das man nicht mitnimmt. Run-Killer. So. Nicht verzagen, Greedy schlagen. Wir kamen nicht mal zu Greedy. Du hättest Tor und Forte dagegen kaufen können. Ich hätte so einiges kaufen können, aber ich war... Das Problem war, ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwas zu kaufen, damit meine HP nicht auf Null sinken. Das war auch so ein Problem, weshalb... So ein Grund, weshalb ich nicht mehr wirklich dazu kam, dann... Gute Items... Nein, da waren auch echt nicht so viele gute Items. Ne, ich weiß nicht. War ein komischer Run. So, wir nehmen Mr. Me mit. Los geht's! Dankeschön, Mr. Me. Seht ihr? Da ist jetzt ein Item! Der revanchiert sich wenigstens auch mal. Wirklich? Ernst jetzt? Ich meine, okay. Ich kann euch sagen, mit jedem Charakter, der nicht Tente Judas ist, wäre das hier ein fucking Todesurteil. Und es war auch so schon fast ein Todesurteil. Ich sehe schon... Vier Versionen von dem Ebene 1 Boss ist aktuell... Ist aktuell der neue Trend. Der heiße Schrei. Da ist es, was alle sehen wollen heutzutage. Der letzte Schrei, ganz recht. Der allerletzte. Danach ist vorbei. Ah, wir haben keinen Schlüssel jetzt. Mit Mr. Me kann ich auch Türen öffnen, richtig? Also nicht auf der Ebene, aber insgesamt. Was? Später noch den Daily Run. Äh, vermutlich nicht. Oh, wir erwerben noch. Sehr schön. Dann gönnen wir uns doch mal. Mach mal auf. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Gibt Charaktere, die damit mehr anfangen können. Hm. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Mr. Me-Action, Horv. Lockdown. Tearstone. Ja, Mensch. Wahnsinn. Hat sich ja wieder richtig gelohnt. Okay. Da hat mir schon sich ein bisschen zu viel DPS ab aktuell. Können wir da nicht was machen? Gibt es da nicht was von Ratio Farm? Gute Preise. So, ich bin mal eben auf den Schalter gestiefelt, damit ich... Kann ich Mr. Me hier schon direkt einsetzen? Au. Das war es wert. Sack of Pennies. Wichtig. Wichtig. Wo sind die Zwillinge? Muss ich mich gerade anbaggern? Aber zeig mal deine Zwillinge. Außer im Potato, wie waren 25 Monate Re-Sub, Darkspine 60 Monate, Kili 12 Monate und der Felix-Dos 42 Monate. Wie viel lieben Dank. Asozial geiles Item für Greed-Mode. Ich weiß nicht, ob Sack of Pennies wirklich so gut ist, aber es sollte schon helfen. Aber ich würde sagen, er ist nicht mal fast so hilfreich wie... Äh... Was war das? Counterfeit Penny Trinket oder wenn man einfach Steam Sale hat. Schauen. Füll dich doch auf. Wir können keinen Mr. Me hier verschwenden. BFF macht den Sack der Pfennige größer, aber es bringt nicht mehr. BFF hat eigentlich nur Einfluss auf Angriffsschaden. Ich meine, Verteidigung auch an sich, denke ich. Nee, ich glaube, ich glaube, wir re-rollen. Ich glaube, ich glaube, da ist mehr drin als fucking Meat. Warte, Schaufel. Nein, die ist zu günstig. Nein! Oh. Ich sollte die Marbles mitnehmen. Ich war so verunsichert. Die Schaufel kaufe ich aber so. Die Schaufel würde ich hier... Ich glaube, ich werde die Schaufel generell beibehalten, ehrlich gesagt. Wir werden auf dieser Ebene noch Chancen, wenn Mr. Me vielleicht Marbles klauen. Und danach bleibe ich bei der Schaufel. Oder? Nee, Mr. Me bringt mehr. Ich kann damit auch Goldräume aufmachen. Fuck! Nee, wir bleiben bei Mr. Me. Ich mag, dass bei der Ebene nicht mal Kampfmusik kommt. Das sind auch sehr passive Gegner. Die machen nicht so viel. Marbles lohnt sich gar nicht. Hä, inwiefern lohnt sich Marbles gar nicht? Bei Marbles nimmt man... Äh, schluckt man dann doch auch Trinkets, wenn man Schaden nimmt, oder? Oder nicht? Ich weiß nicht, ich mag Marbles. Oh ja, wir werden aber eigentlich auch nicht mehr wirklich Trinkets bekommen im Laufe des Greedier. Ja, weißt du was? Vielleicht... Ich glaube, da ist was dran, dass es sich nicht lohnt. Wir kommen ja nicht wirklich ansäulich viel mehr, äh, Trinkets in diesem Run. Muss ich ja eh alle selber kaufen. So, hier ist jetzt mal, äh, Ruhe im Karton. Au. Nein! Komm, hör doch auf. Ich habe immer noch 3,5 Damage. Kein Wunder, dass das so lange dauert. Oh mein Gott, wirklich! Natürlich habe ich mir die Scheiße noch so Schaden gemacht. Nein, ich sollte Bruder Robert mit dem... äh, mit BFF... Oh mein fucking Gott, wirklich! Oh Gott. Es läuft aber auch gerade alles schief, irgendwie. Ist okay, ich werde einfach sterben. Seht ihr? Wir haben es ja gleich überstanden. Oh Gott! Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der, äh, sprintet nicht auf mich zu, wenn er offscreen ist. Und dann hat er genau das gemacht. Ja, das war nicht knapp. Ich meine, Stigmata gibt eine HP ab, also besser als nichts. Puh. Äh, nee, lass mal nichts von hier mitnehmen. Kannst du einfach mal nichts von da drüben mitnehmen. Okay, weiter geht's! Oh! Jetzt ist der Run aktiviert. Wie viele Ebenen haben wir noch? Na, Traumfänger lohnt sich nicht. Damage und Luck Up? So ein Damage Up ist schon... Ist schon nicht verkehrt. Traumfänger lohnt sich nie. Nee, in einem normalen Run, äh, auf jeder... Für jede Ebene ein halbes Soulheart bekommen. Ich denke, das lohnt sich oft. Ehrlich gesagt. Außer man ist relativ spät im Run. Aber jetzt im Greedier-Mode, wir haben nicht so viele Ebenen. Deswegen, äh, stehe ich dem eher skeptisch gegenüber. Headless Baby brauchen wir. Wir brauchen nämlich Conjoint, vor allem mit Spoon-Bänder. Warte, was lag hier? Oh, Booster-Pack. Warum habe ich das nicht mitgenommen? Justice! Yes! Lovers! Erawalk! Death! Top Spades! Ich meine, Erawalk, ähm... Ja, das wird, denke ich, äh... Das wird, denke ich, wenn ich nicht auf dem Weg sterbe, werden wir damit auf jeden Fall Ultra-Greed-Down bekommen. Kann man die Figuren nicht mit Dark-Arts killen? Nee. Ich kann mal versuchen, direkt, äh, drauf stehen zu bleiben, aber... Nee. Nee, 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 nee. Die sind motiviert zu überleben. Sie sind geboren, um zu leben. So, ich könnte jetzt natürlich noch einen taktischen Mr. Me einsetzen, aber... Ich habe gar nicht wirklich einen Grund dafür. Das ignorieren wir das einfach mal. So, haben wir noch ein bisschen mehr von euch Gehirnköpfen hier? Oh Gott. Oh ja, haben wir. Ein Glück. Äh, was? Warte, hat der, wenn er... Wenn er ein Fleischhaufen am Boden ist, hat... 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 Schützt ihn seine... Seine Maske dann immer noch? Warum ist das eine Sache? Hä? Das war gerade seltsam. Soll das so sein? Ja, es ist wirklich... Scheint wohl... Scheint wohl so, dass es so sein soll. Yes. Mächtig. Mächtige Ausbeute. Noch ein Begleiter. Ich glaube, Blanket ist es wert, mitgenommen zu werden. Warte, bringt... Ah, fuck, Blanket bringt hier gar nichts. Shit. Ist auch nicht wert, mitgenommen zu werden. Habe ich gerade herausgefunden. Ich denke, der wird... Der wird sich um den Envy für mich kümmern. Oh Gott. Ich muss sagen, bei Monster 2 fällt mir wieder auf, dass mein Damage... Äh... Könnte höher sein. Shit. Das war überhaupt nicht gut. Komm, ich brauche irgendwas. Tears up! Und dazu noch ein Boneheart. Ja, warum nicht? Warum denn nicht? Könntest du die kleine Batterie mitnehmen? Oh ja. Was will ich denn klauen damit jetzt? Nehmen wir Champions Belt mit. Naja, gut. Ich hätte sowieso warten sollen, ob ich vielleicht ein Devil Deal bekomme und da noch was mitnehme. Naja. Oh, gut. Das sind noch Gegner, die sich quasi von selbst erledigen. Willst du dich bitte von selbst erledigen? Dankeschön. Sacred Heart. Tö. Äh... Okay. Taking Red Heart Damage doesn't reduce... Äh, okay. Aber Tears up. Jetzt habe ich doch eine vernünftige Feuerrate und wir haben noch eine Menge Herzen bekommen. Das war es wert. Das war es absolut wert. Nächste Ebene. Kleine Batterie klingt wie ein RTL-Wintermärchen. Warte, ich muss Erawalk noch mitnehmen. Ja. Hätte ich bereut, wenn ich Erawalk vergessen hätte. Binky. Oh, das ist auch gut. Warum? Was ist das gerade für ein Fluch? Curse of Darkness? Ach du Scheiße, ich kann nichts sehen. Das mache ich gerade überhaupt nicht. Äh... Ich will nichts hiervon. Reroll. Hiervon auch nicht wirklich. Ach, komm schon. Äh... Ich meine, macht wahrscheinlich nichts, aber... Äh... Das ist auch zu früh für Reds, du. Ach. Nee, das ist doch... Das ist doch alles nichts. Mein Goldherz! Oh, ich hasse Curse of Darkness hier gerade so sehr. Oh, ich erkenne einfach nichts. Ist der immer so dunkel? Beziehungsweise, warum... Warum ist der so lila? Soll das so? Na, fuck. Oh, oh. Okay. Über Neuigkeiten, wir haben den Blauen besiegt. Ich wiederhole, wir haben den Blauen besiegt. Ja, die Six werden wir mitnehmen an dem Punkt. Okay. Ich sollte ihn aber noch nicht... Dann will ich nämlich keine Batterie kaufen. Random Rune. Hör, Bro! Wir nehmen die Batterie trotzdem mit. Ich bräuchte noch eine Bombe, ehrlich gesagt. Für den Angel-Deal. Wenn wir einen bekommen sollten. Ich brauche eine Bombe. Zwei Boss-Items. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich rede das Geld für, ähm... Dingens nicht zusammen. Für Birthright. Ich meine, Soul-Art ist hilfreich. Äh... Ist überhaupt nicht hilfreich. Okay, wir machen den Boss. Danach nehmen wir noch eine Batterie mit. Und dann, äh... Schauen wir, was wir bekommen. Ist auf jeden Fall keine Bombe, was wir bekommen. Guter Damage, übrigens. Wenn die Pilze erstmal richtig reinschmettern. Au. Och, komm schon. Warum, warum spawnen hier eigentlich gerade so viele Random-Bosse? Setzen damit auf sich. Okay. Batterie. Und dann hoffen wir auf das Beste. Ja. Äh, okay. Och, komm schon. Es gibt wohl Sinn, dass, äh... Äh, Elypsia spawnen kann. War trotzdem unerwartet. Und ich hab direkt Schaden genommen. Fantastisch. Dem Angriff kann man nicht richtig ausweichen. Das ist ebenfalls fantastisch. Ja, lief alles mies. Und ich hab keine Bombe. Ich hab keine Bombe. Wie stehen wir zu Circle of Protection? Ja. Glauben nämlich auch, dass ich was Defensives bräuchte. War jetzt nicht wirklich gut, aber... Oh ja, Cursed Item... Cursed Room Item kann ich rerollen. Stimmt. Ja, komm. Und raus. Und raus. Lass mich das mal nochmal rerollen. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schöne Ausbeute an dem Punkt. Wichtig. Damage ab und zusätzlich schwarze Herzen. Damit kann ich doch was anfangen. So, wäre ganz nett, wenn ich oben natürlich noch, äh... Die dumme Box rerollen könnte, aber... Können wir nicht. Das können wir nicht. Machen wir also ab. Die zwei Herzen. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ich hab maximale Feuerrate, also... Gehen wir mal weg mit der... Mh... Hä... Doktor, fehlt es oder keine Bälle? Ne. Auf so eine Provokation werde ich gar nicht erst eingehen. Trickle Charge wäre... Hä, wäre auch nicht so gut. Ne, ist schon okay alles. Schon alles okay, so wie es ist. Ich sag's euch, jetzt wo ich hier was erkennen kann, ist es ein okayer Bild. Oh, oh. Fuck. Ups, hab stattdessen Conjoint bekommen. Schade. Schade, 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 schade. Schade, aber auch, dass ich jetzt, äh, Spoonbender Conjoint hab, statt Dr. Peters. Oh, Sack of Pennies? Hat gerade ein Fünfer ausgezahlt. Können wir dafür bitte einen Applaus bekommen? Oh, le Brimstone-Geister. Dankeschön, Dankeschön. Äh, komm, wir gehen, wir gehen in die Herzen rein. Komm, wir nehmen noch eins mit. Wir nähern uns im Ende des Runs, das wird wichtig. Außer von Incusio. Äh, fünf Gift-Ups. Wie viel lieben Dank für Raptor, Zocker, Toxipad, Ranzersenf, Turinato und Arcano. Äh, wie viel lieben Dank. So. Stark an allen vorbeigelaufen. Aber Damage-Technisch trotzdem vollkommen ausreichend. Ne, Conjoint war, äh, Conjoint war wichtig für diesen Run. Wir sind jetzt dämlich stark geworden. Das ist nicht manchmal die Hauptsache. Hauptsache dämlich stark, sage ich immer. Ja, Hauptsache dämlich stark. So wie ich es immer sage. Angel Deal! Äh, nee, wir nehmen den mit. Oh, vor allem mit BFF. Alles, was wir in Verteidigung haben können, ist gut. Offensiv bin ich sowieso so gut aufgestellt, da ist nicht mehr wirklich Platz, äh, Luft nach oben. Öh. Half down. Ne, Jawbreaker ist besser als Mysterious Paper. Naja, gut. Warte, ich hab ne Bombe. Cursed Room? Cursed Room? Was war im Cursed Room? Drei Bomben! Ne, da waren wir schon. Wir können aber mit den Bomben noch ein bisschen was anfangen. Gehen das mit. Und das. Justice. Direkt wieder in der Bombe zurückbekommen. Degas! Gratis Soulheart. Sie können auch ein paar von den Jungs oben wegsprengen. Magician Greed Kampf mit dem und du hast so gut wie gewonnen. Äh, möchtest du vielleicht mal einen Blick in die, äh, in meine Items werfen? Oder generell, was glaubst du, woher die lila Farbgebung meiner Tears kommt? Wo kommt die her? Ach, man zu slungen. Ne, 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 ne. Gar keine Lust. So, nehmen wir hiervon noch ein bisschen Geld mit. Dankeschön. Ich will schon wieder keins von diesen Items haben. Unglaublich. Zwei Cent. Shit Automat. Äh. Ne, komm, wir werden, äh, wir werden einfach, äh, gleich mal rerollen. Jo, das geht hier gerade schnell. So sieht ein, äh, Greedia Mode Gewinner Run aus, Freunde. So und nicht anders. Und direkt noch ein Fünfer von, äh, von Sack of Pennies bekommen. Eine Bombe für den Potenzialen Angel, die die kaufen. Ja, ja. Das kann nicht schaden. Sie weiß, wir bezahlen doch lieber nochmal ein. Double Strinket-Effekt, ich glaube, das mag ich. Ah, ne, dafür muss ich's mitnehmen. Hm. Ne, das war eigentlich doch Müll, aber... Car-Battery bringt uns halt auch nichts. Oh, die, die Quince will ich eigentlich gern mitnehmen. Haben wir hier ein paar Quince-Fans? Ne, okay. Man kann ja mal fragen. Was? Ich hab nicht mal einen Gegner gesehen gerade eben. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen für den Run. Au. Au. Ach, geh doch. Okay, ich seh schon wieder keinen Gegner. Diesmal ist ein schlechtes Zeichen für den Run. Warte, viermal Pin? Geh mal weg, du olle Spaßbremse. Okay. Was seh ich hier überhaupt? Was? Fuck. Das ist kein Angel-Deal. Jetzt, wo ich ne Bombe dabei hätte. Naja. Nee, nee. Das ist alles nicht wert. Ist es doch alles nicht wert. Hm. Nee, pass auf. Ich spreng den jetzt weg. Und kriegen die Black Candle. Ja, ist okay. Ist okay. Ist okay. Bin auch ein gutes Herz mitgenommen. Ich denke, der alte Keeper wird nicht das größte Problem oder Greed. Viel Ultra-Greed natürlich. Denn wir werden sowas von über ihn drüber, Ira, walken. Oh mein Gott, schau ich das an. Ich meine, es macht nicht viel Schaden, aber ist trotzdem cool. Es macht echt nicht viel Schaden. Ist ein bisschen langweilig. Nein, ich wollte doch gerade durch. Klassischer Ira-Walk. Ich möchte an, ich habe das Gefühl, ich hätte Ultra-Greed auch ohne besiegt dieses Mal, aber kann ja nicht schaden, wenn man es schon mal hat. Er nimmt nur echt nicht so viel Schaden. Die Hyper-Armer ist schon so ein bisschen nervig. Bist du am Verteidigen, Ultra-Greed? Keeper-Stack-Charakter. Ja. Und jetzt kämpfen wir gegen Ultra-Greed. Und wie läuft es, Ultra-Greed? Alles gut, alles geschmeidig, ja. Cool, cool. Cool, 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 cool. Gleich, gleich, gleich haben wir ihn. Nicht mehr lange. Und jetzt kommt Phase 2. Womit wird es beginnen? Womit wird es beginnen? Unglaublich. Was für ein Kampf. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ero-Bock ist super underrated. Wow, volle Kanne auf die 12. Ja, volle Kanne auf die 12. Ich mache mir nicht mehr, mir die Mühe auszweichen, dem Punkt. Ein guter Treffer. Ja, guter Treffer. Nein, nur doch das Geld nicht mit... Nein, nicht den 5er. Nein. Er hat einfach den 5er eingesteckt. Das hat... Oh. Unglaublich. Mit einem Schlag besiegt. Unglaublich. Magician? Unglaublich. Mit einem Schlag besiegt. Okay. Habe ich damit Tainted Judas fertig? Nein. Mies. Mies. Aber okay. Ein Greedier-Mode weniger. Ist eine gute Karte in einigen Fällen. Ich bin gespannt. Ein Greedier-Mode weniger, den ich noch machen muss. Unglaublich. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.